Ich mag es nicht, wenn es zu nahe ist. Die Zuschauer machen es, aber wir haben es nicht. Wenn wir diese Events machen, sind es etwa 14 Stunden pro Tag, für etwa 12 Tage lang. What the f**k? Echo ist die Gilde im Bereich World of Warcraft und nehmen jetzt bei uns am Race to Worlds First teil. Und das Race to Worlds First besteht daraus, dass sich die einzelnen Gilden battlen. Wer es als erstes schafft, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe diese Bosse zu besiegen? Und wir müssen uns für Wednesday vorbereiten, wenn es aufstehen wird. Die Echo-Spieler kommen aus ganz Europa nach Deutschland, in die Arcadia. Es ist ein insane Setup. Manche Spieler sind schon am Stream. An dem Tag, als Gingi und DeepShades angekommen sind, haben wir so einen coolen Rundgang gemacht. Ich hab denen so ein bisschen das Haus gezeigt und auch so die coolen Orte des Hauses. Wir haben unsere Streamer-Boxes. Wir wollen nicht die Streamer-Boxen nehmen, und sie in eine schwarze Raum nehmen, und sie sind weg für 8, 10, 12 Stunden. Wir wollen sie displayen, wir wollen sie haben Spaß, wir wollen sie können mit allen in der Haus interagieren. Das ist unsere Konklusion für das. So, wenn du ein Streamer-Boxen kannst, du kannst einfach rein, du kannst da sitzen. Es ist Soundproof-ish. Es wäre super gut für mich. Es ist immer super laut. Und erinnert sich alle in der Gilt. Das ist warum er so far in der Körner ist. So, er ist in Soundproof-ish. Und du bist auch die Schöne-Boxen? Nein, das war Roger. Ich meine, das war der letzte Mal, er war voll Gorilla. Und wenn wir won, er war, er war einfach nur fünfmal. Der Keyboard fällt auf dem Platz. Das ist nicht ich. Ich mache nur mein Keyboard, wenn ich ein Fehler mache. Der Restaurant ist nicht live yet. Es ist kommend. Nein, es ist kein Restaurant. Es ist nur ein SaaS-Restaurant. Oh! Wir benutzen das Restaurant als ein Event-Area. This weekend, wir haben die Nitro-League in der Haus. Wir stellen alles auf. Aber die Sache ist, wir wollen ein Restaurant, oder? At some point, wir brauchen ein Restaurant. Und das ist deshalb, wir bauen ein Event-Space. Das ist hier. So, das... will be the new Event-Area. Oh, ja. Enough space. So, das ist schon fertig? Wir arbeiten an es, ja. Wenn wir fertig sind, wir wollen für über 120 Spieler, die alle alle anzunehmen spielen. Und ja, für sehr, wie, big Events. Wir hosten ein Smash Event am Ende März, für 300 Leute, um über 300 Leute. Ich will, dass viele von ihnen spielen auf jeden Fall, wie möglich. Nächste Rennen? Wir sind hier. Ich weiß nicht. Vielleicht. Es ist so groß, es gibt, es gibt, So, ja. Let's move on. Man, ich fühle mich an. Mit der Rennen zu Welt 1st, jetzt, was sind deine Angelegenheiten? Ich meine, du wirst das. Natürlich. Ich meine, wirst du wieder, aber mit einem größeren Lied als das letzte Mal. Okay. Das letzte Mal, ich war es zu kurz, und ich war es zu kurz. Es war es zu kurz. Wir haben es zu kurz. Ich mag es nicht, wenn es zu kurz. Wir haben es zu kurz, aber wir haben es nicht. Und nach der Rennen, was wird passieren? Drinking shots. Ich denke, das beste Gefühl ist, dass nach der Rennen, du sitest, ich sah, du hast eine Cinema Room. Ja. Du sitest, wirst ein Bier, und dann watch Limit Wipe auf es. Oder Liquid, sorry. Ja. Ja, das war meine Idee, auch. Das wäre ein guter Gefühl. So, jetzt, wir sind in der Casual-Gaming-area. Deco-Matte. Es ist eine gute Qualität. Ich erwartet, es wäre super nett. Bye, Leute. Ich liebe es. Also, wir werden weiter. Wir haben etwas anderes vorbereitet. Das ist unser Simracing- Rennen. Sehr neu, dieses Jahr. Wir haben diese Motionricks von Ankur Racer. Willst du es probieren? Ja. Ja? Ich habe es probiert. Alles gut bei mir. Ist das Rennenpartner? Nein, alles gut. Ich habe mir keinen Fahrerschein, keine Ahnung mehr. Oh, okay. Das heißt, ich stelle dir am besten auf Automatik, ohne Schalten. Ja, ja. Was für ein Auto das sein? Audi, Lamborghini, Ferrari. Den hier? Ja, ja. Das ist rechtskarte oder links? Are you excited? Ja, ja. It's like, almost like driving a car, Formula One car, which I haven't driven before, but I think this is how. What the f***? What the f***? Hey, wir drehen hier ein Video. Und das ist unser VR experience, Es ist ein Tau Tech. Es ist quasi die VR-Tag auf. Und dann ist es so wie Laser Tech, aber mit VR. AR Escape Room ist auch ziemlich cool. Du hast diese Gäste auf, aber du kannst die Schmerzen sehen. Und dann haben die Holograms geprägt. Und dann musst du ja, lösen die Mysterien mit diesen Holograms und so. Especially nach der Rache, wir planen auf eine Casual Gaming Experience mit euch. Das ist die Erinnerung. Was hast du noch? Aber ich habe gehört. So, das ist... Das Gym. So, wir machen eine große Upgrade. Das ist was ich zu sagen. Weil, ja. Wir hatten zuerst ein paar Left-over gear. Und jetzt haben wir sehr professionell Sachen. Und wir haben eine sehr gute Balance. Out of, wie, Gaming. Still staying active. So, ihr Fitness-Guy, beide? So, ihr habt ihr? Ja. So, wie oft? 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 One, one, Bro! One, One, Bro! Hey, Bro, you can do one of those starter ones. Jerry left! Ist das? I think the gym you won. You win, Bro! Bro, ich wusste, dass ihr mit einer speziellen westış hp habt. Ja, aber ich dachte, wir spielen Kassel, ja, ich weiß nicht. Smasch, einfach toll. Ja! So, das ist unsere Bar, wo, nach der Rasse, die Post-Show und auch die Post-Party werden. Sind Sie excited für das? Ich denke, ich bin die meisten. Also, weil es viele Leute kommen in, und wir treffen uns, viele neue Leute. Es ist auch schön, dass die Leute, die Sie unterstützen, und ich habe die ganze Zeit, die Sie die ganze Zeit, so es ist toll, und natürlich, dass Sie die Win-Win-Win nach drei, vier super-exhaustigen Wochen. Das ist wahr. So, Sie haben es schon gesagt, das ist unser Privat-Cinema. Aber ja, das ist, wo wir die Lippe und die Lippe oder oder in der Breaks sind. Also, sit hier, chill, watch something. Ja, du kannst Netflix auch watchen, oder whatever. Ja, wir sind Anime-Geld, so, wir watchen das. Ich meine, er ist embarrassed, zu sagen, in front of everyone. Das ist nicht so gut. Das ist so gut. Er hat ein starkes Schell, aber ein Soft-Core. Wenn Leute wissen, wenn Leute die Anni-Mir-Weiß sind, dann... Wait, what? No, let's cut it, let's cut it. Ich kann nicht even imagine wie es in der End ist. Wenn es so groß ist, oder wie das. Was würdest du dir die meisten? Ist es noch nichts missen? Indoor-Socke-Field, für sicher. Oh, das wäre toll. Kart-Racing und die Basement. Das wäre toll. Ja, Kart-Racing wäre das insane, als wäre ein Go-Kart. Ja. Aber Indoor-Socke-Field oder Basketball-Court, für mich. New-Hariot-Lobbing. Lasten Aufzug. Das ist unser Rooftop. Ich denke, es ist definitiv eine Worte für die meisten Leute, in Deutschland, zumindest. Hamburg ist generell eine schöne Stadt. Das ist auch ein großer Punkt für mich. Was ich auch mag, ist, dass die Räume sind zu den Räumen. Du gehst sofort zurück in die Räume. Ja. Das ist die Räume. Ist es hier drin? Ist es hier drin? Will ich es öffnen? Nein, ich bin kidding. Oh, hier ist es drin. Das ist gut. Das ist unser Rooftop. Ich habe nicht hier vorhin. Hey! Hi! Es ist toll, dass du dich hier sehen kannst. Bobby. Ja. Das war das beste Räume. Ich habe einen Räume. Ein kurzer Impression. Was du denkst von deinem Rooftop? Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Das ist total. Wir haben Salja in der Körner. Simoni neben ihm. Er ist ein Schädel-Danzing. Wir haben einen Aufmerksamkeit. Roger Brown set-up. Und hier haben wir... Das ist mein Set-up. Die streamer ist live. Sie haben mich auf AFK gesehen, für die letzten... 35 Minuten. Ich denke, neben mir, ich habe Klix, Ryzen, und DeepShakes. Klix? Klix? Logok. Oh, Logok? Ja, okay. Oh, your chat is greeting me. Ja, everyone sing hi. Hi, guys. Hi, chat. Ja, so I think we're done. We're finished here? Yes. Danke fürs Zuschauen. Danke schön, alles. Was that correct? Ja. Kind of? Close, close. You report her works... Ich denke, das ist Kle$ die Bank, allена AMY gewNEY! um, Ing울 mit 3 5-Akadon. Erахth例えば,